Also was die Do-Zeit betrifft, das ist unter 10 Sekunden, das ist schon ziemlich fast. Ich hab oft so Probleme wie eben. Irgendwas hat in dem Festplatte hier so verlangsam, dass es einfach nicht mehr geht. Deshalb ist auch alles anders groß. Hier gibt es eh wieder Probleme, man. Diese Location hat hohe Value-Resourcen. Wir haben mehrere Hostels in dieser Zone, geh in da und geh sie weg. Entstanden. Ich wundere, ich mach 10% weniger Schaden, weil ich keine Laufbescheide in der Nähe habe. Enemie! Check fire! Blast shield! Blast shield! Motorистbed! Blast shield! Blast shield! Blast shield! Blast shield像! Blast shield! Got it! Die Shield ist weg! Was ist das? Das war's. Ich glaube, es sind nur Benji's. Ja, nicht weglaufen, wenn wir die Pläppen haben. Ja, nicht weglaufen, wenn wir die Pläppen haben. Jetzt kann man sie nicht ansprachen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da bist du. Ich weiß nicht. Wie sieht's denn generell bei deiner Mannschaften aus? Ja, müde, aber sucht. Bei dir? Ja. 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 Machubanare. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Wieso krieg ich da keine Schärfklau? Ok, wir müssen hier erstmal weglaufen. Ja, oder du hättest mir helfen können, ich wär fast fertig gewesen, wärs hier gewesen, wärs hier gewesen, wärs mir... Das hättest du mal sagen können. Du kommst nämlich in der Band. Weg da, weg da. Ich bin schon weg. Jetzt geht's los. Das war's. Sehr gut. Das ist das beschissenste Objektiv, ey. So gegen Phyros bin ich glaube ich richtig versprochen. Ja, war auch immer der gleiche Scheiß. Aber sie hat nicht mehr viel. Bleib dran. Mach sie fertig. Sie hat die Schilde runter, sie hat noch ein ganz paar Striche. Welche Schilde sind wir da hinter? Ja, also eben waren sie... Eine Sekunde, dann lebt sie sich wieder auf. Okay. Erstmal muss ich jetzt hier einen unsichtern Freund ausführen. Einen Prime? Prime ist... Also nicht unsichtern. So macht man das. Wir sind hier verboten. Wir sind hier verboten. Sehr schön. Ach du Scheiße. Ich bin außerhalb der Mitte. Woher wusstest du wo ich bin? Jetzt kann ich mit. Ich bin dank. Ich bin kaputt. Oh, jetzt mach ich mit. Das ist das. Was macht ihr bei mir? Ich bin wieder an der Stelle. Gettet ihr. Ah, stop it! Ektan, that's one of the gays. Was ist das? 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 Das hat mich jetzt schon wieder zwei Medis gekostet. Und eine Rakete. Was ist das? Was ist das? Was hat uns das? Was passiert? Jaa! Ich hatte dich aus.. ... aus.. Also an sich muss ich sagen, es gibt das Gemütliche als Gesundheit, die das gerade in der Hand fällt. Und dann geht es mit dem Dentsch, die Dentsch. Okay, jetzt wähle acht. Hast du noch Nukes? Ja, dann nuket man ein bisschen. Spawns jetzt. Warte, den mach ich. Und jetzt machst du Spawn-Jugend. Aber behalte noch zwei Minimum. Ja, der hat nicht in der Ecke gebrochen. Ja, shit happens. Ja, ich bin. Gahnes! Shields down! Nice shot! I'm hit! I'm done! Ich bin in den Start. Phantom. Vom Phantom werden zuckled worden. Sehr schön. Pass auf, drei Marauder um dich rum. Von oben hier kommt einer. Ja. Ja. Sehr schön. Hast du noch Nukes? Wenn ja, wie viele? Hast du noch Raketen? Wenn ja, wie viele? Zwei habe ich noch. Irgendwie haben wir in Welle 9 immer noch drei Raketen rüber. Ja. Ja, also. Dann lass mal. Also einer von uns Nupe geht. Ich habe noch eine. Ja. So, ich habe hier ein Strong und Nupe. Ich hoffe du nicht gleichzeitig auch. Ja. 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 Oh, 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 oh. 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 Ein Husk. Ich blieb irgendwie immer noch. Dann habe ich irgendwie Schwein gehabt, aber ich glaube, das ist jetzt auch langsam das Ende der Welle, eine Benji und ein, zwei Phantoms und ein paar Hass. Und dann habe ich einen, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms. Und dann habe ich einen, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms. Und dann habe ich einen, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms und ein, zwei Phantoms. Du hast noch zwei Raketen, oder? Sag bitte ja. Na schon, wie viele Raketen noch? Sehr gut, dann hoffen wir jetzt bitte nicht viel die Weise, bitte nicht viel die Weise, bitte nicht viel die Weise. Objektiv, mach du, mach du. Komm, Sven. Ich hab leider keine Raketen, um dich zu beschützen, in irgendeiner Form. Okay. Ja, ich lieg auf, also... Ich soll aufstehen? Ja, wir stehen beide gleich. Ja, sag wann, sieh zu. Wir brauchen dieses Objekt. Bring es zurück. Ich bin weg. Gut, dein Objekt hat gebrochen. Geh da hin. Lass ihn. So, ich lock die jetzt weg. Oh. Verstehen Sie? Mach das Objektiv. Gut. Jetzt komm zurück in die Extraction Zone. Gut. Jetzt komm zurück in die Extraction Zone. Wir haben intel, dass die Geth ein Gerät in dieser Bereich verloren hat. Wie geht das auf der Top Priorität? Gut. Jetzt komm zurück in die Extraction Zone. Sieh zu. 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 Komm, 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 komm. Ich lenke den Prime ab. Oh, wir brauchen gleich... Jetzt mach ne Rocket rein, wo ich lieg. Mach ne Rocket rein, wo ich lieg. Mach ne Rocket rein, wo ich lieg. Mach ne Rocket rein. Oh. Oh. Ja, was soll ich machen? Ja, ich bin... Ich lieg jetzt. Ich kann nicht mehr aufstehen. Oh. Gut. So, jetzt Rocket. Rocket schnell. Mach alles klatt, was da rumsteht. Komm. Rocket. Oh, komm, das schaffen wir jetzt. Hast du noch ne Rocket? Nein. Ok, ja, aber das schaffen wir trotzdem. Ich habe zwar gar nichts mehr, außer einen Termal-Clip, also einen Pantone habe ich gerade getötet. Wir müssen einfach jetzt laufen, immer schön im Kreis laufen. Das sieht doch gut aus, aber jetzt haben wir das gleiche wie vorhin, da hattest du auch einen Medi-Gel und ich nichts. Das ist genau die gleiche Scheiße wie vorhin, jetzt muss aber einer von uns das überlegen. Komm, die machen wir jetzt platt. Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Sehr schön, jetzt müssen wir dann überleben. Also das verkrasse ich nicht, wenn wir jetzt noch... Ja, ich habe gar keinen! Ja, aber die kommen dann von beiden Seiten, da oben sind die Primes gespawnt. Von hinten kommt Benji. Zum nächsten Mal auf! Da haben wir den Weg zur Verfügung. Na, hier haben wir den Weg. Oh ja, ich fall jetzt um oder was? Ich fall um! Schnell, komm! Ich war da draußen! Egal, versuch du es! Ich bin rausgekommen und bin trotzdem rumgefahren. Nein, nein, nein! Sieh zu, dass du in die scheiß Expo kommst! Und dich nicht instakillen lassen! Nicht instakillen lassen! Nicht instakillen lassen! Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ja gut! So, ich hab's geschafft! Ja, 44,3 ist scheiß jetzt drauf! Wir nehmen das halt! Ich hab keinen Bock mehr heute. Heute machen wir auch nicht mehr. Aber vielleicht morgen oder so. Ja, aber das nehmen wir jetzt erstmal. Scheiß echt drauf. Vielen Dank.